verdammt nein hallo leute und herzlich willkommen zum türchen nummer fünf wieder mit im ticket und zwar spiel heute mario party und du stell deinen ton mal aus er geht mir auf die nerven okay ich habe eine 1 gewürfel ich bin übrigens das klassische wendel war ja 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 ich hoffe ich habe in letzter zeit voller oft gehabt aber das verliere ich das verliere ich hundertprozentig schaufel schaufel nein ich bin schon runtergefallen hallo die oha ein riesen luigi und ein blube und ein mario der handel connection lost wieso ist die connection weg das kann ich gerade leiden okay ich muss doch noch mal wie connect das wunderbar was mich wieder ja ich hoffe es ist ja mal dass du mich wieder wenn du mich hast dann sag es mir bitte nur channel was erledigt ja stell dir ruhig auf 1 warum auf 1 geht doch noch oder war es auf 2 wo man 3, irgendwas betrat hatte ab und damit wäre ja ich weiß auch nicht wieso alter stell jetzt was wlan ab so ist das sagen damit ich höre ob die quali geht ja was steht jetzt bei ja gut okay was ist denn das für eine betrate 3,7 du kannst eigentlich sogar noch eins runter auf 32 ja wenn es so geht es in ordnung ansonsten muss halt nochmals runter geht so sorry wir hatten kleine technische probleme wie ihr gerade gehört habt jetzt einmal aus der s geflogen und dann ja war keine verbindung mehr da gab es nicht als für mich jetzt ist das meine qualität ein bisschen scheiße ja nein die ist gar nicht scheiße ist in ordnung aber sind schmarrn die ist vollkommen in ordnung habe eine sex gewürfelt ich habe eine feier gewürfelt ich weiß gar nicht wo bin ich auf welchem blut bin ich überhaupt irgendwas schon erreicht ich bin auf jeden fall vor dir der 6 ich bin 6 da ich bin auf einem blauen feld wieso bin ich auf eine blauen feld wieso bin ich auch ich bin hinter dir was bringt ein klaus feld ach so darf es nicht blauen feld gut cool das ist ganz lustig wenn man das kann denn ist das ganz hinter dir bauen sich blöcke ab ich weiß aber erst mal ist es gucken wir mal wie weit ich heute kommen außer wie weit wir heute kommen kollege das war knapp das war alter war das ja man ich bin gleich runter gesprungen das sind aber auch hinterlistige kinder ne warum hätte auch zu laufen der arsch bist auch raus oder oder lebst du ja lebst du noch oder stürmst du schon ich bin schon gestorben ach so du bist schon ich glaubst du glaubst du glaubst du glaubst du glaubst du glaubst du brauchst du brauchst einen boden ja ich wacke einen boden den boden möchte ich aber auch er will mich backe backe boden der becker hat gerufen wäre guten kuchen ich auch okay ich habe noch eine 1 ja du bist platz 1 ich bin platz 1 hast ich bin platz 1 nein doch jetzt nicht mehr jetzt bist du jetzt bist du bei pause hat mich geschnappt heiße oh nein das ist hart das kann ich gar nicht heiße kartoffel weiß ich nicht ich habe das bisher noch nicht verstanden man muss aufpassen irgendwie ich weiß jetzt so nicht wieso ach so man muss den jagen glaube ich du hast ja jetzt gelaufen das weißt du ne ach ich hatte die heiße knopfe ich hatte getroffen toll ich bin dort okay jetzt habe ich endlich das spiel verstanden und jetzt habe ich schon dort ich bin dort als dort jetzt habe ich jetzt habe ich das spiel ausnahmsweise wollen verstanden und jetzt funktioniert es nicht jetzt komme ich hier drauf nicht klar naja auch gut okay du kannst ja mich spektaten ich kann ja niemanden spektaten ich habe ja kein kompass zum spektaten ich kann ja nur die rumfliegen und ich kann auch nicht runter springen weil wenn man in der luft runter springt dann wird man irgendwie wieder in die luft her ich kann oben beobachten ja ich sehe dich doch noch nicht jetzt sehe ich dich da jetzt ich hab hier wie sehen ich hab hier wie sehen du hast die heiße kartoffel ja ich hab die kartoffel noch abgegittert so knapp aber es ist nicht schlecht ich muss sagen das spiel muss es gar nicht übel werden verstanden hat ja nur ich hatte jetzt zweimal nicht verstanden ich habe ja schon zwei folgen gehabt wo ich das hatte und ich glaube zwei oder ein oder zwei und da habe ich das nicht verstanden ich war einfach zu dumm dafür also um das zu schaffen ich weiß auch nicht wieso mein feld ich bin feld 14 noch 54 felder und eine 3 eine 4 ah what the fuck mann die kopfhörer sind echt unbequem das mikro ist zwar schön aber ey die haben das auch komplett umgebaut ich bin auf dem gleichen Fall wie du Allah Bruder war es gay der rund 2000 freier Fall genauso wie mein C tut weh oh nee nicht das Spiel die Web kenne ich nicht die ist neu echt? ich denke oh ich bin gleich drinnen ne ah ich war drauf oh nein oh nein ich war so ich war so nah dran ne ich war drauf und dann bin ich nur ein Millimeter an diesem scheiß perfekten Becken vorbeigeschraubt aber das ist natürlich jetzt auch schwieriger ne oh da drinnen nice 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 okay okay das ist die zweite ist auch neu das ist von der Endermap die ist eigentlich gar nicht mal übel aber die ist schwer verdammt verdammt oh nein ich bin fast die labe die zweite Map geschafft die zweite habe ich gar nicht bin auf der Endermap das ist nether das ist nether ja meine ich ja unser nether Map bist du da nicht verdammt da bist du doch auch die konnte man nicht schaffen aber die war gar nicht die war gar nicht übel ich finde es cool dass wir jetzt mal wieder neue maps haben äh ja finde ich schon eigentlich recht nice finde ich recht nice muss ich sagen 1,2 1,4 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 das legen kommt es mich von dir so an ganz ehrlich ich lege warum lege ich ja keine ahnung fragt eine internetverbindung ich muss auch was zwei blöcke weiter wie ich du warst ein stückchen arbeit ja habe ich auch vermutungen aber naja egal ich will sowas nicht äußert einer 1 ist zwar gemeint doch weit gar nicht so und ich bin letzter es hat das ein ich bin ach so du verkackst warum verkackst du weil ich es noch nicht trefft hallo marcel online ich bin feld er dieses spiel das ist so asozial irgendwie kann man dieses spiel nicht schaffen das ist einfach nicht möglich es sei denn man hat ein hack uns gleich verkackt ja ich habe ich habe ein bisschen mehr glück gehabt am anfang ich war fast bei den heuballen da hinten aber das haben die leute nämlich viel zu schnell wieder ist weil mir das geile ist ja du wirst ja von manchen explosion mitgerissen ja das ist total asozial könnten wir echt mal besser machen ich war fast auf der heubeil ich habe viel gefehlt ich habe schon gedacht ich werde weiter ja ich hatte eben muss ich ich hatte eben auch gedacht ich war so ein bisschen näher aber irgendwie war es doch nicht der fall wir haben die platten geändert auch nö hatte ich nicht gedacht wir haben alles geändert hast du das wohl lange nicht gespielt kollege naja ist auch egal ich habe wieder eine 1 bei eisen komme ich sehr weiter muss ich schon sagen ich habe noch 45 verbleibende felder ok das schaffe ich wohl nie in drei minuten schaffe ich das nie die folge wird extrem lang mindestens okay wenigstens da wo ich ein bisschen was kann wenn ich wenigstens eine kiste finden würde gleich ne meine ja ich habe gesagt dass ich das kann ja gut das habe ich aber hast du nicht auch echt nicht ich dachte dachte ich hätte das mal groß betont dass ich da drin was bin ist der boss der besorgt ja ich bin boss jemals ich bin richtiger die kiste die auch keiner gesehen hat idioten das ist ein vorteilungsdrang drin ich auch gleich brauche nein ich habe ja ich habe den anderen sofort gehalten ich bin so dumm ich habe einen gegner geheilt das ist das euer ernst oh man ist doch schon tot ja ja ich sehe dich hier gar nicht ach doch du bist der alte luigi unter uns marios aus der seite ok seit jetzt ein freund gefunden ja man kann nicht mehr zu hoch das ist so assi man kann nicht mehr zu hoch und nicht mehr zu runter versuch mal zu fallen früher ging das jetzt geht das nicht mehr und jetzt versucht dann fällt man immer nur bis zu einer bestimmten höhe genauso wie man auch nicht mehr ganz nach oben kann aber wenn man jetzt nach ganz oben fliegt dann dass sie genauso zurück teleportiert wer hat das spiel gewonnen wer hat das spiel und posina freudig posina wir haben noch 45 felder und mal schauen jeweils wir hier noch kommen ich will mir jetzt sehen haben das ist eine glaube ich sage ich glaube ich wollte das abbauen und das ist ja auch noch schlagen was passiert du bist aber noch in der lobby oder ich habe noch 42 felder wie fährst du noch 41 18 felder hat er noch bis zum ziel der erste wettrennen ok ja das nein abbrechen das haben sie recht gut gemacht mittlerweile muss ich sagen achso nein gar nicht das war nicht das ich meinte eigentlich ja ist denn das ich wollte eigentlich ursprünglich nicht wettrennen sondern wie heißen das mario kart haben sie jetzt mit verschiedenen tieren gemacht ist eigentlich recht nice aber das werden wir heute nicht mehr spielen habe ich so das gefühl aber ich kann heute kann heute ein bisschen was reißen habe ich das gefühl wird werden mal bin ich da nie weit gekommen aber jetzt habe ich schon gar nicht mal so schlecht und ich bin hinter dir nein ich bin auf diesen kurzen seelen sind gelatscht warum warum mögt ihr mich nicht keine ahnung fragst du doch mal sollte ich vielleicht mal probieren ich bin ausnahmsweise nicht hängen geblieben verdammt nein scheiße kann ich auch gesehen wie du runter gefallen bist ich bin doch nicht runter gefallen jetzt bin ich runter gefallen aber ich musste jetzt runter springen so ich bin weit rum gelaufen ich muss jetzt quasi runter springen weil es gar nicht anders ging toll soll ich das schaffen ich bin erster ich bin erster nice nice gemacht ich war ja hinter dir ich werde zweiter gewesen locker problem war nur dass ich mich bei einem sprung verschätzt habe und zwar auf diesem einen grünen dingen habe ich diese diese dieses gelbe nicht gesehen wo man springt mit das habe ich nicht gesehen aber natürlich war das so normalen zweiten würfel oder ja das ist aber ein platz vor was ist das für eine scheiße was los jetzt den zweiten würfel hat er jetzt ganz einfach ganz von einem kommt die machte auch nicht würfeln der macht aber von ganz selber ja genau und dann wirklich nur 1 ja okay das das ist wohl blog wir hatten wenigstens nach vorne das ist das ist cool oder ach so genau dass wir das das ist das geile das gefällt mir dass man die ein zwei lieblingsspiele daran habe ich mal eine halbe stunde lang gespielt bis ich dann freilich aufgegeben habe weil es so einfach ist naja das kommt ganz drauf an am anfang ist es noch einfach am anfang ist es noch einfach dass du magst du recht haben alter das war knapp das war ganz knapp ach du scheiße wir sind noch zu viele nein das habe ich nicht mehr geschafft auf ey das ist scheiße ich war ganz am rand das war bei mir auch so ich war kurz vorm rand und ich hätte es beide geschafft ich war gerade im sprung aber bin genau ins leere gesprungen oh man das ist doch scheiße komm es kann es kann nur noch einen geben es kann nur einen geben es kann nur einen geben und das ist ein sieger oh eine 2 echt viel echt viel muss ich schon sagen ich bin voll der babbo hier drin ne also das wollen wir ja mal nicht vergessen hier ja ich suche jetzt die ganze zeit schon eine 1 du wirst du jetzt hinter mir sein theoretisch ach es sind schon ein paar geläftet habe ich gesehen gerade ach du bist einfach 24 drin jetzt sind nur noch 13 oh ne red light oh das ist ganz cool aber das habe ich schon zweimal ne ich war zweimal im ziel kurz vorm ziel und dann meint sie das mich einfach um den start zurück zu setzen diese homo dings nur weil ich eine sekunde zu spät war und ich auch auf gelb war das werde ich zurück gesetzt ne oh die haben die sie haben die bugs draus gemacht ja alter mann du Lappen ey du bist ein Lappen Junge weiß nicht mal ich hätte dich überholt wenn er das ziel nicht gewesen wäre wenn es doch einen kleinen meter weiter gewesen wäre ich hätte dich überholt oh ne 2 naja ok ja würfelt einfach von alleine der Wichser ja war bei mir auch so ich habe nur kurz gedrückt aber das war so zeitverzögert keine ahnung wieso wie viele Felder hat er eigentlich noch 3 ok dann dann haben wir jetzt noch maximal ein Spiel da hat er es nie geschafft wo hast du jetzt noch die perfekte Chance sie einzuholen du bist nämlich letzter warum habe ich die perfekte Chance sie einzuholen weil du einfach nur du bist du bist der guteste ey ich habe so schlecht noch nie gespielt hör mir auf ey jetzt soll ohne Witze und das auf einem Adventskalender wohl was eine Special Ausgabe ist eigentlich weißt du ja genau weißt du da verkacke ich dann weißt du das ist das ist erbärmlich das ist so erbärmlich ja genau dass ich bei sowas verkacke finde ich auch ach man nicht schon wieder das habe ich bisher auch nur zweimal gehabt dass ich in diesen komischen wie was ist das für Saal ich weiß gar nicht wer das in dem HD ist da ist noch ein ich wollte dich doch nur abstauben du Lappen verdammt 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 ja moi ja ja ihr staubt hier einfach alle gegenseitig euch ab genau ihr seid gemein ey warum bin ich jetzt auf dem normalen Dingscreen gewesen ja ok das muss ich jetzt nicht verstehen oder der ist afka das war meiner du Hurensohn sorry für das wort aber das war das war gott ich stehe da schlag als auf den wollte gerade auf den draufschlagen alter der schlägt als auf den afk da drauf ne und das wäre eigentlich meiner gewesen ach man manchmal muss man sich hier voll aufregen ey man es geht mir um den spielspaß nach ran aber nur zum fail ist auch scheiße er bekommt kein schaden der wichse ey das ist scheiße ja das kenne ich das habe ich auch schon gehabt aber nicht in diesem match ja ich bin vor dem unschlag hin oh ich habe einen abgestauft super ich komme immer nur bis zur schippe ne ich bin noch nie weiter wie bis zur schippe gekommen abgestaubt du Lappen oh jetzt bin ich zu dir schreck gekommen oh der war geil der war geil ich bin noch nie keine scheiße von dem hier haben die keinen schaden bekommen gar okay ich sag eben noch eiskalt so ne ich bin noch nie bis zum bin noch nie weiter wie zur schippe gekommen ne und auf einmal habe ich einen dirschwert in der hand das war so geil grad so so wir haben das spiel müsste jetzt eh vorbei sein denke ich mal irgend einer hat sie mich gewonnen wir fliegen jetzt nämlich zum ziel ne doch nein doch sag ich doch so ich hoffe diese runde hat euch gefallen und das war das fünfte Türchen ich hoffe es hat euch gefallen wenn es euch gefallen hat lasst mir eine gute Bewertung da und nun wünsche ich euch noch viel Spaß mit meiner Endcard bis morgen und haut rein ciao hallo leute und herzlich willkommen auf meine Endcard hier unten rechts seht ihr jetzt mein letztes Türchen meines Erzählenskalendes unten links seht ihr jetzt ein weiteres sehenswertes Video ich hoffe dieses Video hat euch gefallen wenn es euch gefallen hat dann hinterlasst mir eine gute Bewertung abonnieren natürlich nicht vergessen damit ihr nichts mehr verpasst und wir sehen uns morgen wieder bis zum nächsten Tag raus ciao